Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind hier in Rosenheim mehr oder weniger fast ein Jahr zusammengekommen, wo wir dann schon wissen, wie es ausgegangen ist 2013. Wir werden innerhalb fast einer Woche Landtagswahl und Bundestagswahl haben und wir werden die Weichen hier in Bayern wie im Bund neu stellen. Daran werden wir arbeiten. Schwarz-Gelb in Bayern, Schwarz-Gelb im Bund gehört in die politische Reha geschickt. Wir haben zwar noch nicht die Wechselstimmung zum Greifen nah, die Demoskopen, aber da muss man sich auch nur im Freundeskreis umhören, sagen aber eines, die aktuelle Koalition der Trostlosigkeit, die aktuelle Koalition der Lobbyismuspflege, die will keiner mehr. Und auch wenn die CSU glaubt, dass sie schon wieder Witterung aufgenommen hätte zur absoluten Mehrheit, wir sagen, niemand mehr im Land will diese Arroganz der Macht. Niemand im Land mehr will diese Selbstherrlichkeit alter Zeiten. Diesem Traum werden wir 2013 den Garaus machen. Eine absolute Mehrheit werden wir verhindern. Liebe Leute, wir liegen bei den Umfragen zweistellig bis zu 12 Prozent. Das ist gut, aber ich sage, grüne Politik braucht uns mächtiger. Wir müssen stärker werden, als wir aktuell in den Umfragen gemessen werden. Und 2013, das muss unser Credo sein, nur mit starken Grünen gibt es einen Wechsel hier in Bayern und auch im Bund. Und wir werden im gesamten nächsten Jahr es unter Beweis stellen, dass wir die Partei sind mit den inhaltlichen Antworten auf die gesellschaftlichen, auf die ökologischen und auf die sozialen Fragen. Und wir, die wir die Partei des expliziten Mitmachens sind, wir haben es bewiesen bei der Startbahn. Wir haben es bewiesen innerparteilich beim Main-Bayern-Prozess. Und ich glaube, wenn man das nochmal kurz Revue passieren lässt, wir haben diesen Bau dieser dritten Startbahn verhindert. Wir haben in München für das Land gekämpft. Wir haben die Verantwortung der Städterinnen und Städter heraufbeschworen, damit diese schneller, höher, weiter entschleunigt wird. Und dieser Bürgerentscheid, der wurde gewonnen, weil wir auf der Straße waren, weil wir in Nacht und Nebel, hätte ich schon bald gesagt, bei Wind und Wetter uns draußen hingestellt haben. Deswegen haben wir gewonnen. David gegen Goliath, wir waren der David. Und wir haben in diesem Bündnis, waren wir der Motor. Und ich sage einmal, das ist bei Grünen ja nicht so üblich, da durfte der Motor auch Hoftouren laufen. Und diese hochtourigen Motoren werden wir auch bei diesem Jahr im nächsten Jahr anschmeißen, damit wir tatsächlich so kräftig werden, dass der Wechsel in Bayern stattfinden kann. Und wir haben natürlich unsere Themen. Selbst der Herr Bürgermeister hat ja gesagt, wie wichtig das Thema Energiewende ist und wie wichtig da die Grünen jetzt hier aktuell im Rosenheimer Stadtrat sind. Aber was mich ärgert, ist, dass dieses Thema Energiewende immer so getan wird, als wäre das ein Thema separat und der Klimawandel und der Klimaschutz wären nicht mehr mit dabei. Es wird immer so getan, als würden diese beiden Themen nicht zusammengehören. Dabei ist es doch uns allen klar, dass erneuerbare Energien, effizientere Energie und Energieeinsparen, die drei Bestandteile der Energiewende ja auch deswegen gemacht werden müssen, damit der CO2-Ausstoß nicht ins Unermessliche schießt, damit wir dort einsparen und damit wir unser Klima schützen. Und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Bürgermeister, damit wir diese Welt auch für unsere Kinder und Kindeskinder schützen. Und liebe Freundinnen und Freunde, im Sommer, da hat es uns sauber aufbrezelt und wir haben sehr geschwitzt, es war sehr heiß. Und was haben wir erfahren? Dass dramatisch das Klima sich verändert, dramatisch das Eis in der Arktis abschmilzt. Das ist die Kehrseite einer Politik, wo wir uns aßen und hier entsprechend ein höher, schneller weiter haben. Dort müssen wir schauen, dass wir tatsächlich dieses 2-Meter-Ziel, dass wir dieses Ziel erreichen. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir in Bayern Klimaschutz, Energiewende zusammendenken. Und die Folgen des Meeresspiegels, ich war die letzten zwei Tage mit einer Delegation des Gesundheitsausschusses in Holland. Und dann sind wir da entlanggefahren in Autobahnen zu einem Krankenhaus im Norden und dann denke ich mir, Leute, was ist denn da so hoch aufgetürmt? Frage ich den Reiseleiter, sagt er, ja, Sie wissen doch, der Klimawandel kommt und dort werden die Autobahnen 7 Meter in die Höhe gebaut, damit tatsächlich noch Autobahn weiter gefahren werden kann und der Holländer unter dem Meeresspiegel liegt. Leute, das sind die Maßnahmen, die sich vielleicht Holland leisten kann. In Bangladesch wird niemand mehr überhaupt von einer Autobahn reden. Dort sind die Leute dann unter Wasser und das müssen wir verhindern, dass wir Flucht und Vertreibung, die Verantwortung für die ganze Welt nicht bei uns nur an den bayerischen Landesgrenzen abgeben, dass wir diese Verantwortung einfordern für eine Politik, die in Bayern und im Bund gemacht wird. Und umso ärgerlicher finde ich, dass wir die Energiewende immer nur diskutieren unter Einspeisevergütung, unter Windradstandorten und unter Vermeisung. Ich glaube, wir müssen die Energiewende auch mit dem Klimaschutz zusammenbringen als ökologische Transformation. Da müssen wir der Treiber sein, dass die gelingt und zwar nicht nur als Spielball zwischen den Ministerien. Das ist ein unwürdiges Spiel zwischen dem Wirtschaftsministerium, zwischen dem Umweltministerium, zwischen der Staatskanzlei. Dieses wankelmütige Dasein, das natürlich Horst Seehofer noch befeuert, dem muss ein Ende gesetzt werden und dazu braucht es uns. Denn wenn man sich das Revue passieren lässt, ich weiß ja, wankelmüt tut selten gut und in der Politik schon gar nicht, aber Horst Seehofer hat das mehr oder weniger zu seiner Grundsatzmaxime gemacht. Mal wird E.ON wieder zum Bayernwerk, dann baut Bayern fünf Gaskraftwerke, die Investoren stehen alle Zeit schon bereit, wird gesagt. Dann findet sich leider keiner, dann ist von den fünf Gaskraftwerken gehen wir in tausend Güllebetriebe. Und ich sage euch ganz ehrlich, so viel missproduziert noch nicht mal die CSU, dass wir die alle befeuern könnten mit. Und es ist nicht die Frage nach, wie gehen wir um mit den Speichern, wie regeln wir das mit den Stromtrassen. Diese konkreten Schritte werden nicht angegangen. Da gibt es keine Lösung. Dezentral sagt er, das sagen wir auch, aber wenn man dann hinschaut, wo sind die regionalen Verteilernetze? Wie werden sie ja tüchtig? Die Antworten bleiben aus und wenn diese Antworten ausbleiben, habe ich auch manchmal das Gefühl, sie bleiben gerne aus. Es wird auch gerne ausgesessen, damit der Druck dann auch steigt, dass nämlich dann doch, wenn die Abschaltzeiten sind in Gundremmingen, wenn die Abschaltzeiten sind in Grafenreinfeld, dann vielleicht doch die Atomfahne wieder gewedelt wird. Und da werden wir davor sein. Und wir werden auch das bewährte Doppelspiel, was die CSU ja mehr oder weniger seit Jahren erfolgreich, seit Jahrzehnten erfolgreich treibt, auch das werden wir durchkreuzen. Ich sage nur das Stichwort Gentechnik. Hier in Bayern wird ja jetzt so getan, als wäre man schon immer ein Gralshüter gewesen, dass die Gentechnik hier keinerlei Einzug hält. Da finden sich plötzlich ganz viele Apostel, die durchs Land ziehen und genau das immer sagen. Aber in Brüssel, wenn es dann die Hand zu heben gilt, ob ein neuer Gen meist zugelassen wird, dann wird sich der Stimme enthalten. Die oberbayerische neue Ikone der CSU, die wird in Brüssel mit einer Enthaltung notiert. Und ich glaube, das müssen wir deutlich machen. Hier dieses Doppelspiel lassen wir nicht mehr zu. Und ich hätte schon noch eine Aufgabe für unsere Ilse. Und zwar... Und zwar... Ich habe ja vorher schon gesagt, ich war gerade in Holland. Und wir sind deswegen dort hingefahren, weil die im Krankenhausmanagement wesentlich besser sind, was mit MRSA-Keimen und Resistenzen zu tun hat. Und das haben wir uns angeschaut. Und dann haben wir überlegt, wie kann man das machen mit Isolation und Einzelzimmer und voll, wie man das entsprechend umsetzen kann. Leute, aber der Schlüssel zum Erfolg und der Schlüssel, das hat uns auch dort, und das wissen wir schon seit langem, aber das hat auch dort den Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen der Professor gesagt, das ist zum einen die unglaubliche Verschreibung von Antibiotika bei uns, bei Menschen, aber es ist noch viel mehr dieser wahnsinnige Antibiotika-Einsatz bei der Massentierhaltung. Wir wissen... Wir wissen, dass mehr oder weniger kein Huhn ungeschoren aus so einem Hühnerstall davonlauft, weil es auch Antibiotika kriegt, und zwar prophylaktisch, ohne dass es krank ist. Wir wissen aus Studien von NRW, und da sind wir froh, dass wir einen Minister dort stellen, der dort auch reinleuchtet und nicht nur das Tuch des Schweigens drüber breitet, dass dort in 75 Prozent der Betrieben dieses Antibiotika flächendeckend gegeben wird. Wir müssen aufhören mit der Massentierhaltung, diese ist gesundheitsschädigend, auch für uns. Und liebe Freundinnen und Freunde, der ökologische Markenkern und das Ökologische, was uns umtreibt, was uns überhaupt seit 30 Jahren hier zum politischen Mitmachen bewegt, dem haben wir auch noch eine gesellschaftspolitische Antwort gegenüberzusetzen. Denn ich glaube, Bayern hat mehr verdient, als dass man immer nur in alten Zöpfen und in alten Traditionen weiter wankt. Und ich sage, die Frauenpolitik, die Genderpolitik, die politische Agenda, die dort die CSU schreibt, ist eine von vor dem letzten, ich sag's Jahrhundert. Ich meine, die CSU ist zwar schon weiter als zu der Zeit, wo ein Landtagspräsident Horlacher sagen durfte, eine Frau in der Politik ist eine Zier, mehrere davon sind Unkraut. So weit sind es nicht mehr. Aber, dass wir die 50 Prozent Macht nicht erst im Himmel wollen, sondern auf Erden, das ist unser politischer Anspruch und den werden wir auch hier umsetzen. Und ich sage euch ganz ehrlich, dass wir hier in der Diskussion um Betreuungsplätze, dass wir hier in der Diskussion, wann Krippenplätze bereitgestellt werden, nicht mehr nur von sozialistischen Verwahrenstalten seitens der CSU denken, das ist gut und das ist richtig. Aber Sie wissen immer noch nicht, was für junge, gut ausgebildete Frauen, was es für junge Familien bedeutet, wo es denen unter den Nägeln brennt. Die Wahlfreiheit, die haben wir noch nicht, die Sie beim Betreuungsgeld vorgaukeln. Die Wahlfreiheit ist, dass wir einen Krippenplatz brauchen, einen Kindergartenplatz und nicht schon mit Bestätigung der Schwangerschaft, man mehr oder weniger auf der Suche einer Herberge ist, wie seinerzeit Josef und Maria. Und von daher werden wir auch weiterhin scharf gegen dieses Betreuungsgeld attackieren. Es ist eine Herdprämie und dieses Geld, dieses Geld, was bis zwei Milliarden sein wird, wenn es im Vollausbau ist, das brauchen wir dringend für Infrastruktur, das brauchen wir dringend, damit wir tatsächlich diese Möglichkeit den Familien eröffnen. Und das ist die wegweisende Botschaft, nicht das Betreuungsgeld, sondern wir brauchen Infrastruktur und dafür werden uns einsetzen. Und auch in der Bildungspolitik, auch da kann Bayern mehr. Wir brauchen nicht nur neue Namen erfinden, wir brauchen nicht neue Schularten gründen, die sich so mehr oder weniger das Gleiche drunter verbirgt. Wir müssen diese Schulpolitik hier in Bayern von Kopf auf die Füße stellen. Und damit ist das Erste, wir müssen diesen Übertrittsdruck beenden. Wir sagen, das sogenannte Grundschulabitur muss fallen. Und gerade, wir haben gerade, und ich freue mich sehr darüber, dass die Kinder in der vierten Klasse bei uns in Bayern so gut abschneiden bei dem Test. Bundesweit sind wir vorne. Das ist schön. Und ich freue mich für die Kinder und ich freue mich für die Lehrerinnen und Lehrer. Aber warum lässt man sie nicht weiter gemeinsam lernen? Warum macht man das Aussortieren nach der vierten Klasse? Wenn das Potenzial innerhalb der Schulen in der vierten Klasse so ein hohes ist, dann vergeuden wir ein riesiges Potenzial, indem wir viele Kinder, die den Abschluss nicht erreichen, im Grunde am Wegrand stehen lassen, indem sie bei uns nicht nach ihrem Potenzial gefördert werden. Wir sind bei der Abiturquote nach wie vor im Tabellenkeller. Und wenn wir so gut sind in der Grundschule, diese Menschen, diese Kinder, die wir auf dem Weg verlieren, das ist nicht nur aus demografischen Gründen, das ist auch aus Gründen, den Kindern gerecht zu werden, mit einer der politischen Hauptbestandteile, die wir im nächsten Jahr deutlich machen müssen. Ein Thema, liebe Freundinnen und Freunde, was mir sehr wichtig ist und wo wir uns fundamental von der CSU unterscheiden, ist die Asylpolitik. Wir haben überführte Erstaufnahmen, wir haben menschenunwürdige Unterbringungen, wir haben das Asylbewerberleistungsgesetz nirgendwo so restriktiv umgesetzt wie in Bayern. Es gibt bei uns die Essenspakete, die teurer sind. Wir haben nach wie vor, zwar eine etwas gelockerte, aber eine Residenzpflicht. Sie dürfen nicht arbeiten, es gibt keine Deutschkurse, es gibt keine Integrationsmaßnahmen. Und das ist politisches Programm, diese Menschen zu vergräzen, zu verbrämen und sie tatsächlich geflüchtet und erst mal froh da zu sein, dann im Grunde in Unterkünfte zu bringen, die krank machen. Und es sagen Professoren, die dort arbeiten, 90 Prozent der Menschen, die in diesen Unterkünften sind, werden psychisch angeschlagen und psychisch krank. Und das glaube ich, liebe Freundinnen und Freunde, das muss auch auf den Tisch. Weil wenn... Applaus Weil wenn ich mir überlege, wie wir hier in Bayern von Seiten der CSU mit Minderheiten umgehen, dann hat diese Szene diesen Namen für nichts und gar nichts was zu suchen. Das ist Schimpf und Schande, wie genau in diesem Bereich damit umgegangen wird. Und wenn Leitschnur politische Nächstenliebe sein sollte, dann ist sie hier vollkommen, ja, derauschiert bei der CSU. Sie sind diejenigen, die diese Menschen wirklich versuchen, immer an den Rand der Gesellschaft zu drängen. Und das werden auch wir, das werden auch wir zum Thema machen, weil wir stehen auch für Minderheitenpolitik, damit es diesen Menschen, die hierher kommen und hierher geflüchtet sind, nicht so ergeht. Die Flüchtlingszahlen steigen, wir wissen es, und da werden wir auch politisch angreifen. Es ist in Unterfanken schon sehr viel passiert. Wir waren auf Lagertour, Margarete Bause, Simone Tolle, auch wir waren als Landesvorsitzende unterwegs. Und ich glaube, wer in diesem Sommer mit diesen Menschen unterwegs war, das lässt einen nicht kalt, einfach so hinten machen, weiter so. Und ich weiß nicht, warum die anderen nicht hingehen. Christine Hadertauer, die findet überall hin, aber da nicht. Liebe Freundinnen und Freunde, wie gesagt, wir haben noch ein Jahr bis zur Entscheidung und ein Jahr, wo wir tatsächlich mit unseren Ideen, ich sage mal, die Herzen und die Köpfe der bayerischen Wählerinnen und Wähler erreichen müssen. Und wir werden für unser Potenzial hart arbeiten müssen. Das wird viel Arbeit bedeuten in den Ortsverbänden, in den Kreisverbänden, in den Landesarbeitskreisen, in den Fraktionen vor Ort, im Kreis, im Bundestag und im Landtag. Und es wird viel Arbeit bedeuten auch für unsere Spitzenkandidatin. Das wird ein richtig dicker Brocken, den wir machen müssen. Aber ich sage uns, uns treibt an, dass wir die CSU in den Politruhestand schicken. Ich bin jetzt 51 Jahre alt und ich sage immer, so lange regieren die schon. Ich habe noch nie was anderes überlegt als eine absolute Mehrheit oder jetzt dieses Jammertal der Koalition. Und so langsam, mit 50 Jahren, ich bin zwar noch nicht ganz persönlich betroffen, aber ich weiß, da kommt man in die Wechseljahre. Und ich glaube, es ist sinnvoll, für diesen Wechsel zu kämpfen, gemeinsam, inhaltlich, mit Lust und Leidenschaft, mit starken Grünen. Bayern kann mehr und das werden wir zogen. Danke euch.